Lieber Tim, ich danke dir, dass du heute ein bisschen aus dem Nähkästchen oder sollte ich besser sagen Minnekästchen plauderst, denn in deinem Dissertationsprojekt geht es ja um Texte, die sich vornehmlich um Liebe drehen. Genau, vielen Dank für die freundliche Einführung, liebe Christine. Ja, ich promoviere zu einem Text, der heisst Die Jagd von Hadamar von Laber, das ist so eine spätmittelalterliche Minnerede und wie du gesagt hast, es geht um Liebe, also um höfisch kodifizierte Liebe, da muss man immer so ein, ich sage jetzt immer, das ist so ein gutes Beispiel, um zu sehen, dass Liebe jeweils auch historisch und kulturell abhängig funktioniert und konstruiert ist. Speziell am Minne ist vielleicht oder an der hohen Minne, dass sie eigentlich das reale Geschlechterverhältnis, kann man sagen, gerade umkehrt, also dass in einer Minnebeziehung der Mann unter die Dame, die er verehrt, gestellt wird und die ist so idealisiert in dieser Beziehung, dass die eigentlich nur sehnlichst und heimlich umworben werden kann, niemals aber effektiv gekriegt. Also es gibt da keine körperliche Nähe in einer Minnebeziehung. Ja genau, da gehst du schon genau auf das ein, was ich vielleicht am Anfang gerne mal kurz besprochen haben möchte, weil also dein Projekt entsteht ja so in einem größeren Projektzusammenhang, wenn ich das richtig verstanden habe, der nennt sich Diskursivierungen von Neuem. Du hast es gerade schon angedeutet, also was ist jetzt da Neues und was ist Altes? An der Minne hast du das schon gezeigt, aber bei dir gibt es natürlich auch einen methodischen Zugriff. Welche Übergänge kann man da vielleicht erkennen? Also wie du gesagt hast, das beginnt eigentlich schon bei dieser Minne. Wenn ich jetzt gesagt habe, dieser Hadamar, das ist eine spätmittelalterliche Minnerede, dann ist da eigentlich so die höfische Blütezeit der Literatur schon durch. Also die, ich sage jetzt mal, die prominentesten Minnesänge sind bereits gedichtet oder gesungen worden. Viele höfische Romane, die berühmtesten, die wir haben, die großen Klassiker des Mittelalters, sage ich jetzt einmal, die sind auch schon niedergeschrieben worden. Und zu dieser Zeit entsteht dann diese Minnerede, die eigentlich sozusagen das Sprechen über die Liebe von dieser hochhöfischen Blüte-Literatur sozusagen erbt. Also die trägt dieses Thema weiter und knüpft da eben an all diesen Traditionsbeständen, spricht auch in einer Weise über diese Minne, wie man das halt schon kennt. Also das wurde diesen Texten dann auch ein bisschen zum Verhängnis, könnte man sagen. Die sind so lange Zeit bestanden, die in der Germanistik nicht so im Vordergrund, weil sie eben einfach so als, ja das kennt man alles schon, also so als redundante Nachahmerliteratur abgewertet worden sind. Genau, also Minnerede, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, also es ist ja auch tatsächlich in der medewistischen Forschung gar nicht so ein einfacher Gattungsbegriff. Also man kann ja jetzt nicht so einfach sagen, so früher Minnesang und jetzt Minnerede, also wenn du jetzt mal so Minnerede, so für allgemeinverständlich, in der Allgemeinverständlichkeit, was ist eine Minnerede, vor allem auch gegenüber dem Minnesang? Wird da jetzt nur gesprochen und früher gesungen? So einfach ist es ja nicht. Genau, das ist eigentlich das, was der Redebegriff so ein bisschen nahelegen will. Eben, du hast es schon betont, der versteht sich so oder versucht die Gattung genau über diese Gegensätzlichkeit zum Minnesang zu definieren. Gemeint war damit eigentlich lange, dass das dann so ein bisschen so ein eher ein reflexives Medium ist. Minne, die eigentlich auch so ein Stück weit dann didaktisiert wird in diesem Redden und eben nicht gesungene Vortragsliteratur. Jetzt ist es aber so, also auf diese Problematik willst du bestimmt hinaus, dass die Gattung unglaublich heterogen ist. Also wir haben eben das Problem und dazu wäre jetzt auch mein Text, diese Jagd von Hadamard, ein einschlägendes Beispiel, dass der dann beispielsweise in strophischer Form geschrieben wird. Also es ist nicht immer ganz so einfach und da, ja, auch eben das über die Sangbarkeit dann zu definieren. Gerade für die Strophe, die ich anschaue, das ist die sogenannte Titurellstrophe, gibt es sogar in der handschriftlichen Überlieferung auch überlieferte Melodien. Also da lässt sich durchaus nichts ausschließen, dass die Texte dann auch gesungen worden sind oder vorgetragen wurden. Genau, und der Text ist ja auch sehr umfänglich, richtig? Genau, ja, das ist innerhalb dieser Gattung dann auch eine Ausnahme. Die sind meist kürzer, meistens einfach wirklich in diesem klassisch höfischen, sage ich jetzt mal, vierhebigen Reinparfels auch verfasst. Bei meinem Text, der jetzt strophisch ist, ist das nicht so. Der hat dann gut 600 Strophen. Also das ist dann schon so eine Großform und ragt auch da so aus diesem Mineriden-Korpus etwas heraus. Ja, genau. Also epische Breite im wahrsten Sinne. Epische Breite, genau. Genau. Aber andererseits Mineride, ja, durchaus auch deshalb, weil eben dieses Jagdmotiv im Vordergrund steht. Das hat man ja auch so in anderen Mineriden. Was genau hat es jetzt mit der Jagd in deiner Mineride von Hadamar von Lava auf sich? Ja, also das Bild, oder das ist eine Allegorie eigentlich, da wird über Mineride gesprochen in der Übertragung. Die Situation ist die folgende, also der Werber, der die Dame eben begehrt, das ist in dieser Übertragungssituation der Jäger. Die Dame ist das Wild. Und das Begehren oder diese ganzen Vorgänge des Umwerbens, die wird dann eben dargestellt als Jagd, was natürlich zunächst irritiert. Also wenn man jetzt die Jagdkonsequenz zu Ende denken würde, dann müsste es doch da eigentlich gerade letztendlich impliziert die so eine gewaltsame Aneignung auch des Begehren. Da muss doch Beutel gemacht werden. Und genau diese Erwartung unterwandert dann dieser Text oder muss sie unterwandern, weil wie ich schon gesagt habe, also die Minne kennt ja keine Nähe, keine physische Nähe. Da muss immer Distanz zwischen diesen beiden bleiben. Also es gibt da auch dann so gewisse Reibungen zwischen dem, was dieses allegorische Jagdbild impliziert und zwischen diesem Konzept der hohen Minne. Ist denn Minne, also Re-Metaphorisierung, das ist so ein bisschen sein methodischer Leitbegriff, soweit ich das verstanden habe, aus deinem Exposé. Das heißt aber auch, dass vielleicht auch noch andere Anspielungshorizonte damit hineinkommen. Was wären da so andere Themen, die über die Minne im Prinzip hinaus vermittelt werden? Also vielleicht kann man da schon am Phänomen Minne eigentlich selbst ansetzen. Das hat, so wie es das Mittelalter sozusagen Minne konzipiert, einen universellen Anspruch. Minne durchwirkt die ganze Welt und deshalb ist es eigentlich nur logisch, wenn man das dann nicht nur in dieser Übertragungssituation ist, auf so eine Jagd beziehen kann, sondern sozusagen Minne überall findet. Also ich glaube auch in diesem Sinne muss man so diese Re-Metaphorisierung des Phänomens Minne verstehen. Also das wird dann nicht nur als Jagd eben dargestellt, sondern da kommt dann plötzlich, kann sich diese Jagdhandlung ändern und plötzlich ist Minne ein Turnier, ein Kämpfen, was man auch schon wieder kennt aus der höfischen Literatur. Also dann wird die Metaphorik kurz ein bisschen anders modelliert. Die Dame ist dann nicht mehr das Wild, das sich entzieht und dem man nachjagen muss, sondern sie ist Kämpferin, gegen sie wird angeritten und sie muss sozusagen eingenommen werden. Also das wäre dann auch wieder so ein anderes beliebtes Modell, das das Mittelalter quasi hat, um Liebe darzustellen. Es gibt auch so Burd-Allegorien beispielsweise. Die Dame ist eine Festung und man muss sie erobern. Und wie du schon gesagt hast, dieses grosse Format, diese 600 Strophen, dieser Haddamarschen Jagd, lässt das eben auch zu. Also da hat man quasi viel Textraum, um diese Bilder auch zu variieren, durchzuspielen, verschiedene Modelle sozusagen bereitzustellen, um dieses Phänomen zu beschreiben, literarisch darzustellen. Also jetzt hast du so vor allem irgendwie auch so die alten Themen, sage ich jetzt mal, so in Anführungsstrichen aufgeführt. Gibt es da auch Sachen, die so ganz neu sind? Also sozusagen so ein ganz neuer Diskurs, der da irgendwie aus diesem Minne-Metaphoriken abgeleitet, wo man sagt so, oha, das gab es vorher aber noch nicht. Schwierig. Also man hat sich auch oft damit geholfen, eigentlich so diese Minne-Räten, die so lange verpönt gewesen sind, darüber zu retten, dass man gesagt hat, die verschränken alles, was bisher da war, die ganzen Konventionen, die ganzen gängigen Motive, die das Mittelalter quasi bereithält für Minne. Aber in der Verschränkung, in der Art und Weise, in der Fülle auch, wie sie diese Dinge zusammenbringen, sind sie neu. Aber man sieht natürlich schon oder man hört, du bist ein echter Fan des Laberers. Da gibt es ja gar nicht so viele in der Forschung. Du hast gerade schön dargestellt, also dass der Text selber, also von den Zeitgenossen und von nachfolgenden Dichtern, also sehr verehrt wurde, nachgeahmt wurde. In der Forschung spielt er tatsächlich ja jetzt keine besonders große Rolle, ganz im Gegenteil zu Wolframs Titorel, also sozusagen dann der Prätext, wenn man das, die Präform, wenn man so sagen will. Kannst du kurz sagen, woran das wo liegt? Hast du ein bisschen angedeutet, das Epigonale, oder ist das das, was dich davon überzeugt hat, mit dem Text muss ich mich unbedingt beschäftigen, weil er dir leidgetan hat, oder was genau hat dich dazu bewogen? Also ich glaube wirklich, oder ich habe mir das oft so zu erklären versucht, dass das irgendwie einer anderen Rezeptionserwartung eigentlich geschuldet sein muss. Also dass heutige Leser und Leserinnen einfach, denke ich jetzt mal, oder moderne Leser und Leserinnen, vielleicht nicht mehr unbedingt die heutigen, weil wir haben ja wieder ein Interesse an diesen Texten gefunden, aber dass die eigentlich schon erzählende Texte, die stringent quasi eine Geschichte, eine Handlung auch erzählen, interessanter finden und spannender finden, als Texte, die das nicht tun. Also das ist vielleicht dieser Hadamarschen Jagd so zum Verhängnis geworden, dass der, indem der so beginnt, als Jagdhandlung und quasi diese Erwartung weckt, also die Erwartung weckt, ah, da wird mir jetzt was erzählt, da wird gejagt und da gibt es sicher auch am Schluss eine Beute, dass sich das dann aber irgendwann im Text einfach so verliert. Also der weckt eigentlich so die Lust nach einer Geschichte, nach einer Erzählung, die man da zu hören kriegt und dann wird man aber genau in dieser Erwartung unglaublich enttäuscht, denn nach den etwa 20 ersten Strophen ist es dann fertig mit dieser Jagdgeschichte, dann wird dann eigentlich nur noch eine ewige Reflexionsschlaufe gedreht und darüber reflektiert, auch dann in dialogischen Passagen, was ist Minne. Aber da kommen wir eigentlich wieder zu diesem, ja, zu diesem Thema, das dargestellt wird, also zurück, das ist die eigentliche Krux, das kann nicht wirklich gut erzählt werden. Also da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion, gerade weil diese Dame, dieses Begehrte, ja nie erobert werden darf oder eben in der Jagd nie gefasst werden darf, kann dieser Text auch diese Erzählerwartung, die er zu Beginn evoziert, nie einlösen. Also er kann, auf diese Jagd darf eigentlich dann nie die Schlusshandlung sozusagen eintreten. Was mich auch fasziniert an dem Text, also der hat dann auch diese Jägerjagd mit ganz vielen Hunden und ein Hund gibt es da, das ist der Hund Ende und er darf bezeichnenderweise auch nie losgelassen werden. Also das wäre der, der quasi diese Handlung, diese Jagdhandlung einlöst und abschließen würde. Also dieser Text hat dann auch die Tendenz, das durchaus witzig sozusagen mitzureflektieren. Ja, und ich glaube, das ist ein entscheidender Grund, dass sozusagen dieser Text Erzählerwartungen weckt und sie nicht einlöst und dass man das dann irgendwie nicht so gemocht hatte. Und mittlerweile würde ich sagen, also das zeigt auch so die Forschung, die dazu entsteht, dass man einfach inzwischen ganz fundamental andere Interessen hat an so einer Beschäftigung mit dem Text. Also dass es uns dann gerade stark interessiert, wie hier eben diese Bildbezugsebenen wechseln, wie immer neue allegorische Modelle benutzt werden, um Minne darzustellen. Und ja, also ich finde den Text auch einfach schon so als in seiner 600 Strophenlänge als Wissensspeicher interessant. Also was da alles darin aufgenommen wird und verbastelt wird, das fasziniert mich unglaublich. Ja. Ja, also das ist ja auch so ein Schicksal, also sozusagen so ein positives Schicksal, was in den letzten Jahren mir auch über die Minne reden ganz allgemein zum Glück ereilt hat, dass sich da sozusagen die Erkenntnisinteressen geändert haben und man sich diesen sehr vielseitigen Texten jetzt zuwendet. und teilweise recht spektakuläre Erkenntnisse auch gerade auch sozusagen rückblickend dann wiederum auch für den Minnesang dann ja aufdecken kann. Tim, wir müssen leider den Ende-Hund loslassen. Ja, jetzt habe ich mich erst warm geredet, oder? Ja, so ist das immer, wenn man über seine eigenen Projekte redet. Aber der Ende-Hund ist so eine fantastische Endschlaufe und für unser Interview. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses schöne Gespräch und wir wünschen dir ganz viel Erfolg für dein Projekt und wir freuen uns sehr, dass du Hadawas von Lava Jagd wieder zurück in unseren Kanon rettest. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.